Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wohlaufvollen Deines.de. Wir wollen den Unioren stürzen und befinden uns derzeit hier. Ich habe Zeug verloren, glaube ich, und irgendwo gestorben. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie viel es war, aber es war genug, um... Ach, ich wollte die Dings... Ich wollte noch die Standarte holen. Sag mal, tritt sie den Leuten eigentlich immer in den Hintern, oder was macht sie? Da kommen die beiden, die einmal hier sind. So, Raufmesserchen. Irgendwann können wir die Dinger auch verkaufen, ey. Oh! Und diese Flöte. Ah, der lebt noch. So gieße ich mich auch manchmal. Ich habe... Oh nein! Wir haben jemanden vergessen. Verdammt! Na gut. Wir haben nur Kaukau dabei. Nein, das ist Verschwendung. Ah, Mist. Warte mal, wo muss man eigentlich hin? Ach, hier. Wer hat denn eigentlich mein... Ach, er hat mein Zeug. Na super, komme ich jetzt wieder hoch? Natürlich viel besser gewesen jetzt von unten. Ich habe hier so eine doofe Fliege, ey. Die ist ja mal voll nervig. Okay. Ja! Ja! Da war doch einiges. Nun gut, hast du schön gemacht. Jetzt können wir weitergehen. Äh, drei, drei, vier. Passt. So. Ist das nicht gesprungen? Habe ich schon wieder vergessen, dass hier mein Controller leer ist? Da liegt was. Warum liegt denn da was? Rang-3-Stahl. Der randaliert wieder. Offiziell-Siegel. So, dann müssen wir jetzt wohl Mrs. Schlangi in die Augen blicken. So, welche Richtung müssen wir? Diese Richtung. Hä? Sind die ganzen Weiber hier umgebracht? Hm. Auch gut. Ne, wir können ja direkt hochgehen. Ich bin noch angekeimt. Rache wurde durchgeführt. Oh! Okay, die nehmen wir noch mit. Ja, ich muss nämlich gerade dran denken, dass hier der Kau-Kau auch noch, äh, hochgestuft werden muss. So, dann machen wir hier mal hallo. Und, äh, holen wir uns mal jemanden dazu, wo. So, Kau-Kau-Kau. Nein, 10, ähm... Und ich, 8 wahrscheinlich. Ich wollte gerade mal schauen, ob wir eigentlich jetzt alles haben. Oh, Rützle-Tier. Ja, wir haben tatsächlich alles, aber wir machen wie gesagt das fertig hier. Jetzt muss ich mich auch mal richtig hinsetzen, wenn wir jetzt zu ihr gehen. Jetzt hätte ich was mit Gift gebraucht. Komm herausschlängli, wir wissen alle, dass du da bist. Ach, da ist die Madame. Nein, sie hat mich, greift sie an. Hallo, hör mal auf damit. Das kann jetzt was werden. Alle Dinger, die ich jetzt gefunden habe bisher, diese Siegel, die werden jetzt alle verbraten. Nimm halt mal ihn mit. Heute darf jeder mal. Oh, oh. Ja gut, acht und die dreizehn. 13? Wie soll das denn gehen mit 13? Dann müssen wir erstmal trainieren gehen, schnell. Wenn sie 13 hat und wir 8, das ist ja mal ein Himmelweiterunterschied. So. Okay. Wir müssen mindestens 13, am besten 15 oder so. auf. Oh. 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 Ah! Ah! Ah, so am I here? Halt, stopp. Neun. Der wartet da auf uns. Wo sind denn meine Freunde? Ach da. Oh oh. Das war jetzt eigentlich nicht so plan. Los, steht auf. So, damit ich wieder alles bei ihr verlieren kann, natürlich. Deswegen machen wir das. Vergiftetes Wurfmesser. Natürlich mein ganzes Giftschutz weg. Ich bin der Wurfmesser. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Das war's für heute. Komm her. Ich hab so viele Wurfmesser. Los, Bruder. Yeah. So, jetzt haben wir hier wieder hoch. Oh, oh. Oh, oh. Na super. Das mit dem schnell mal aufleveln funktioniert überhaupt nicht. Ach, die kommen hier gar nicht wieder. Deswegen ist hier niemand. So, jetzt haben wir neu. Hier ist irgendwo noch einer. Ach, der ist oben. Ach, hier. 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 Panzerhandschüchen. Ja, wir dürfen hier nicht sterben. So, wo haben wir hier noch jemanden? Wir müssen wieder von oben rein. Oh nein. Oh nein. Okay. Das Gute ist, dass unser Feuer uns nicht ausmacht. Hier. 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 Ah! Ach, der kämpft wieder alleine hier. Such dir mal die Einfachen raus. Bin ich die Einzige, die zwölf hat. Das ist aber nicht gut. Leute, was soll denn das? Da ist der andere. Da oben liegt ja noch was. Oh, warte. Lieferungen. Großer Grasknoten. Ach, sind sie jetzt beide auf 10 oder was? Zeig mal her hier. Ne, nur Liu Bei. Ja. Du blöde Fliege, geh weg. Gibt's einen Bau auf die Nuss hier. Der ist wenigstens zwölf jetzt. So, ihr zwei. Ich will noch ein Ding hier haben. Wie konnte ich nur denken, dass diese Schlangenfrau einfach ist? Also, ich hab's gar nicht gedacht. Ich hab nur gehofft, dass ich nicht sterbe. Aber wie kommen wir denn jetzt dahin, wo ich hin will? Wir müssen uns da vorbeidringeln. Oder was? Hä? Rang 4 Stahl. Naja, gut. Kann man mal machen. Wo sind meine werten Kollegen? Braucht auch nicht mehr kommen, die zwei. So, jetzt machen wir erstmal was. So, äh, was haben wir hier? Giftwiderstand. Ich hab überall Giftschutz weggemacht, gell, weil ich dumm bin. Okay, dann ist es halt so. Ich will nur, dass ihr beiden auch 13 habt. Wenigstens. Du hast mir meinen Stolz genommen. Fühl doch, jetzt bin ich 14, weil ich eben 14 hatte. Ich wusste doch, dass hier was lag. Achso. Wenn wir den jetzt hier unten mitnehmen, dann haben wir immer noch 13. Weil es sehr schade ist. Aufstehen! Ah. Kaoka hat leider keine 13. So, wir gehen wieder hoch. Gut. Guck mal, wie sie hintereinander stehen. Er ist riesig. Er hat die Weisheit. Okay, wir sind alle 14. Los geht's. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Ich hätte meine andere Gottbässe nehmen sollen, glaube ich. Ich habe meine Tatsaches nicht mehr als ob republic. Er hat die mir relativ gut gespästet. Ich schreibe mich. Ich schreibe mich. Ich schreibe mich. Okay, gut. Ging ganz gut, muss ich sagen. Ging gut. 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 Ging gut.